Der erste Mal findet euer Antrag ja ganz schlau an, wie du sagst, wir binden diese Kolonialisierung quasi nicht an einen einzelnen Staat an, zum Beispiel an die ehemalige Kolonialnacht, sondern an die UN. Wir glauben aber, dass letztendlich die gleichen Probleme auch bei einer Anbindung an die UN besteht, als wenn man diesen Staat von der ehemaligen Kolonialnacht zum Beispiel wieder rekolonialisieren würde. Warum glauben wir das? Letztendlich ist es so, dass auch die UN primär vom Sicherheitsrat dominiert ist. Das heißt, der Sicherheitsrat trifft die primären Entscheidungen. Die Weltengemeinschaft steht gar nicht so sehr dahinter, sondern die Hauptentscheidungen werden vom Sicherheitsrat getroffen. Und die UN ist letztlich dadurch, durch den Sicherheitsrat, aber auch durch die anderen westlichen Staaten, die ein großes Gewicht haben, primär westlich orientiert. Das heißt, China und Russland sind auch da, die haben aber auch eben, und das ist der nächste Punkt, eigene Interessen. Das heißt, selbst wenn wir die UN haben und ihr sagt, die UN ist eben die Weltgemeinschaft und die Weltgemeinschaft verfolgt vielleicht kein eigenes, oder verfolgt vielleicht ganz viele Interessen, glauben wir, dass gerade durch die Dominanz des Sicherheitsrates und dadurch, dass viele Einflüsse vieler mächtiger Staaten in der UN bestehen, dass diese wichtigen Staaten eben auch nur ihre eigenen Interessen, bei dem Aufbau oder Wiederaufbau dieses Fade States verfolgt werden. Welche gemeinsamen Interessen sind das? Naja, nicht keine gemeinsamen Interessen, aber China hat zum Beispiel in Afrika auch große Interessen, zum Beispiel Rohstoffe auszubeuten. Und wir glauben letztendlich, wird China versuchen, bei der Dekolonisation eines solchen, zum Beispiel von Somalia eben, auch die eigenen Interessen bei der Rohstoffausbeutung durchzusetzen. Und deswegen glauben wir, ist euer Antrag gar nicht so schlau, wie ihr dachtet, weil die Gefahr besteht nämlich immer, wenn wir einen Staat zurückführen unter den Schirm eines anderen Staates oder hier eben der UN, ist immer die Gefahr, dass dieser Schirmherr nur die eigenen Interessen beim Aufbau dieses Staates verfolgt und nicht die Interessen dieses Fade States, der eigentlich aufgebaut werden sollte. Und dieses Problem löst ihr auch nicht mit eurem Antrag, weil letztendlich eben auch alle UN-Staaten eigene Interessen verfolgen und sie in diesen Staat hinein produzieren. Und du hast gesagt, es besteht ein Vertrauen in westliche Staaten. Ja, wo bitte besteht ein Vertrauen? Sieh dir nochmal Afghanistan an. Ich glaube, ein Großteil der Afghanen, die Taliban usw. vertrauen gerade nicht in die westlichen Staaten. Und gerade in den USA werden doch immer nur allen Interessen unterstellt. Siehe im Irak, da hat es ja eindeutig geworden, dass die USA nur wenig Erdgeld eingeschritten sind. Das heißt, sie glauben gerade in diesen problematischen Staaten, in den Schwellenstaaten, in den Entwicklungsstaaten besteht gerade kein Vertrauen in die westliche Welt, weil man eben nur glaubt, dass die eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessenverfolgungen zu ihrem eigenen Wohler gehen wird. Deswegen nein. Nein später. Warum glauben wir außerdem, dass die Sicherheit, die Ruben hier angeführt hat und die ja das erste Problem eines solchen Fade States ist, nicht erreicht wird? Ein gutes Beispiel dafür ist Afghanistan. Da haben wir ein ähnliches Konzept, wie es jetzt die eröffnete Regierung versucht zu implementieren, auf diese Fade States. Auch in Afghanistan versucht man, ist man von außen reingegangene Truppen, hat versucht, das Land zu befrieden und nimmt dann solche Maßnahmen vor, wie ja, wir blicken Polizisten aus, aus den eigenen Reihen der Bevölkerung und die sollen dann irgendwann für Sicherheit sorgen. Nun, auch in Afghanistan besteht keine innere Sicherheit. Es sind immer noch viele Anschläge, viele Menschen sterben, die Leute leben in Angst, trauen sich noch nicht mehr zu den Präsidentschaftswahlen zu gehen, weil die Befrage steht, dass irgendwelche Attentate ausbügt werden, wenn sie in der Wahl ohne stehen. Letztendlich hat diese Ausbildung nichts gebracht. Und warum? Weil nämlich es Widerstand auslöst, wenn man von außen Truppen in einen Staat schickt, um dort für Sicherheit zu sorgen. Denn einmal fühlen sich die Menschen, die dort leben, von einer fremden Macht unterdrückt. Sie haben eben das Gefühl, das ist nicht mehr mein eigener Staat, in dem ich lebe, sondern es kommen Truppen von außen und die wollen mir vorschreiben, wie ich mich zu verhalten habe. Das sind Truppen, die ich nicht legitimiert habe. Ich weiß auch gar nicht, was die wir wollen. Und das führt eben zu Widerstand. Und Widerstand führt letztendlich in Werte, dass Gewaltausglückwürden das auf keine Akzeptanz dieser Sicherheitstruppen, die zum Beispiel von der UN geschickt werden, in der Bevölkerung besteht. Und letztendlich führt es dazu, dass die Bevölkerung denn ihren eigenen Vertretern vertraut, also zum Beispiel Warlords, die irgendwie Schutzgelder von der Presse oder den eigenen Stammesvertretern, die ihre eigenen Milizen haben. Und wir glauben, das führt letztendlich zu viel mehr Chaos, wenn wir Truppen von außerhalb stecken. Du sagst, dass man hier auch einen eigenen Vorteil haben könnte. Aber ist das nicht so ein Grundprinzip unserer Gesellschaft, dass wenn wir denen helfen und wir auch noch einen Vorteil haben, dass wir dann so eine sogenannte Win-Win-Situation haben? Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir keinen Vorteil. Und die leben immer noch in ihren menschenrechtswidrigen Zuständen. Ja, lieber Ruf, die Kolonialisierung wurde aber auch aus reinem Eigenvorteil vorgenommen, nämlich wenn man die Staaten wirtschaftlich ausbeuten wollte. Und wir glauben letztendlich, wird das das Interesse sein, was auch hinter der UN stehen wird. China ist es ziemlich egal, ob Somalia nun ein Failed State oder nicht. China geht es primär darum, dass sie eben die Rohstoffbeserven, die in Somalia sind, aufreisen. Und wir glauben nicht, dass die Staaten so altruistisch sind, dass sie daran denken, dass es dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel gut geht, sondern es geht eben primär um das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung und um die eigene wirtschaftliche Prosperität. In erster Linie, wenn man diese durchsetzen kann, dann glauben wir, werden sie auch zu den Mitteln greifen. Weil letztendlich ist sich jeder Staat zunächst einmal der Nächste. Nein, klar. Genau, ich habe euch jetzt einmal gezeigt, warum die Sicherheit nicht steigt, weil es eben zu Widerstand in der Bevölkerung führen will. Und der nächste Punkt ist, wenn wir Truppen von außerhalb schicken oder Sicherheitskräfte, das Problem ist, dass die eben die Strukturen innerhalb dieser Staaten nicht verstehen. Die Kolonialisierung hat ja solche großen Probleme auch hervorgerufen, weil wir einfach willkürlich Grenzen gezogen haben, unabhängig von Stammesgebieten. Und weil diese Grenzen von der Bevölkerung dort nicht akzeptiert werden können. Und letztendlich läuft das Machtmopol immer noch entlang dieser Stammesgrenzen zum Beispiel. Das heißt, die Stämmer haben das Machtmopol in der Region. Das kann sich eben über verschiedene Staaten auch erstrecken. Und wir glauben, wenn wir jetzt eine Macht von außen hineinschicken, dann versteht die einfach nicht, wie dieser Staat aufgebaut wird, wo die Machtverhältnisse sind, welcher Stamm nun der Ton eingeben ist und welcher Stamm nicht. Und wir glauben, es muss sich eben die Sicherheit aus diesen Staaten selbst heraus entwickeln. Das heißt, die Bevölkerung dort muss selber für ihre Sicherheit sorgen, weil sie eben am besten das Machtgleichgewicht innerhalb dieser Region versteht. Das kann man von außen nicht verstehen. Und darauf wird Arjen, der später noch eingeht, warum es letztendlich auch nicht nachhaltig ist, wenn wir von außen quasi die Staaten über den Schutzschirm der UN holen. Weil wir glauben, diese Chainspace fehlen ja eben als auch funktionierende politische Institutionen, eine Verwaltung. Und wir können nicht einfach eine Verwaltung von außen auf implementieren auf diese Staaten, weil diese Verwaltung von den Menschen selbst akzeptiert werden müssen, aufgebaut werden müssen. Da sind wir wieder bei dem Punkt der Sachnähe. Die Menschen, die dort leben, kennen am besten ihre Bedürfnisse und wissen am besten, wie dieser Staat verwaltet werden kann und welche Institutionen wir haben. Ob wir also ein Standesrat brauchen oder nicht. Und deswegen gegen diesen Antrag. Das ist ein Standesrat, das ist ein Standesrat, das ist ein Standesrat.